In unserer Nachtausgabe meldet sich nun Brenda Snow mit einem Bericht über die mächtige und geheimnisvolle Yuriko Omega. Brenda? Danke, Ted. Viele von uns kennen die Geschichten von Yuriko Omega, der mysteriösen Japanerin mit den furchterregenden Psy-Kräften. Alliierte Soldaten hatten während des Krieges berichtet, sie hätte ganze Bataillone vernichtet, allein durch die Kraft ihrer Gedanken. Wer ist diese junge Frau? Woher ist sie gekommen? Und wie entfalteten sich diese fürchterlichen und fantastischen Fähigkeiten? Yurikos Geschichte ist nebulös. So munkeln einige, ihr richtiger Name sei Yuriko Matsui und Omega sei bloß ein Codename des Militärs. Laut dieser Quellen wurde sie geboren in der kleinen Küstenstadt Tanabe und entwickelte paranormale Fähigkeiten bereits in ganz jungen Jahren. In der Schule wurde sie von Mitschülern gemieden wegen ihrer großartigen Fähigkeiten. Als die Regierung von ihren Talenten hörte, wurde sie ins Shiro-Psyonik-Zentrum gebracht, unter der Leitung dieses Mannes. Dr. Shinji Shimada. Er ist in Fachkreisen für seine Fortschritte auf dem Gebiet der Psyonik-Forschung bekannt. Was taten die Wissenschaftler im Shiro-Forschungszentrum diesem kleinen, verwirrten Kind nur an? Wir werden es nie erfahren, aber etwas steht fest. Sie war nicht mehr dieselbe danach.